hallo herzlich willkommen so hier bei the crew halt so s-modus screenshot modus so hast du die demo mal runter geladen halt ja so coole autos halt so cool an dem spiel ist halt dass man sehr viel tunen machen kann und teile anbringen und so halt ja ab und zu man kann auch glaube ich auch mit der polizei fahren oder die verfolgt einen keine ahnung kann sonst überall fahren später kommt er noch eine karte nachher halt kann halt coole strecken fahren coole stunts noch machen wenn autos direkt ist so kann man halt wieder reparieren und muss man sogar wahrscheinlich ja das zum beispiel was nah los ja er hat eine weiber gibt weiß ich nicht glaube ich nicht so zum beispiel wie hier jetzt gerade muss man halt mit der polizei hat ein hinterherfahren hat so coole ist wie gesagt hat pippen und modifizieren von autos halt so jetzt war zum beispiel kaputt sagt gezaubert ja ganz cool mehr ja da wäre schön wenn der weiber wäre na ja da war sie cool da ist die karte halt gut fähig